Und die wurden dann immer als hysterisch abgestempelt. Also man hat ja Hysteria, das ist die Gebärmutter. Und es wurde dann immer gesagt, die ist hysterisch, die alte. Das ist eine Schapracke, eine Fregatte. Also das sind wirklich Schimpfnamen, die Frauen bekommen haben. Die Hauptsymptome, die wir in dieser Studie gesehen haben, waren Energielosigkeit, Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Depressionen. Aber es gibt die Momente, wo man einfach aushastet. Ja, ich fand es auch nicht gut, dass du mich vor der Sendung so angeschrien hast, aber okay. Wir sind wieder da bei Book Deluxe mit einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr dabei seid. Und wenn es euch gefallen hat am Ende dieser Folge, könnt ihr uns natürlich gerne weiterhin folgen oder es einfach liken. Jetzt wird es heiß vielleicht. Jetzt kommt ihr aus Balance oder vielleicht in die Balance. Denn bei mir zu Gast ist Peggy Reiche, die Wechseljahresexpertin und ein absolut cooler Food-Coach und Unternehmerin. Herzlich willkommen, liebe Peggy. Herzlichen Dank, liebe Bermel, dass ich hier sein darf. Wir reden über etwas, was Generationen von Frauen, Tanten, Großmüttern, Schwestern, Cousinen, alle Freundinnen schon erlebt haben. Aber wenige haben darüber gesprochen. Du bist jemand, der das ändert. Also du stellst die Menopause, diese verrückten Wechseljahre mit den Phasen davor und die Postmenopause in den Mittelpunkt. Mit einem neuen Buch, das heißt Woman in Balance. Warum haben so viele Generationen zuvor darüber eigentlich geschwiegen? Gute Frage. Ich glaube, also ich habe mich lange damit beschäftigt, weil ich auch mal, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, so gut wie nichts gefunden habe, besonders nicht in Deutschland. Hast du die Mama gefragt oder die Oma oder die Tante? Nee, habe ich nicht. Ich habe gelesen, ich habe brav gelesen und ich habe viel Englisches gelesen. Die Mama habe ich erst viel, viel später gefragt. Das war dann auch sehr interessant, weil für sie das auch so ein Reflexionsmoment war. Meine Mutter war Lehrerin, die hat dann ganz viele Sachen so wie, stimmt, du, ich hatte damals immer dieses Herz stolpern. Jetzt, wo du sagst, dass es ein Symptom ist, macht das auch alles Sinn? Also retrospektiv. Meine Mutter ist jetzt 78. Für mich war das so ein, also dieses gesamte Thema, warum ist das so gesellschaftlich tabu, ist so ein bisschen, weil Frau alt wird. Also in unserer Gesellschaft ist alles mit Fruchtbarkeit konnotiert. Achtung, Spoiler, passiert allen, auch Frauen. Es passiert allen, also wirklich jede Frau geht da durch. Also jede Frau hat irgendwann keine Eizellen mehr, damit keine Blutung und damit ist sie postmenopausal. Aber ich glaube, es ist oft dieses, was ja teilweise in indigenen Völkern noch ist, eine Frau wird weise, die kriegt eigentlich mehr Wert, die kann ganz viel mitgeben. Das ist in unserer Gesellschaft irgendwann mal im Laufe einer historischen Entwicklung abhandengekommen. Und deswegen, glaube ich, sind die Wechseljahre einfach so in den Verruf geraten. Und es hat sich leider auch wissenschaftlich überhaupt niemand mit ihm beschäftigt. Aber nicht, weil es nicht interessant ist, sondern aufgrund dieser Tabuisierung, würdest du schon sagen? Oder woran liegt das? Aufgrund der Tabuisierung und wenn man sich so ein bisschen historische Bücher anguckt, dann ist es ganz oft, dass es gab ja so diese ganze Surragettenbewegung und die haben dann immer, wurden als hysterisch abgestempelt. Also man hat ja Hysteria, das ist die Gebärmutter und es wurde dann immer gesagt, so ja, die ist hysterisch, die Alte. Das ist eine Schapracke, eine Fregatte. Also das sind wirklich Schimpfnamen, die Frauen bekommen haben, um besonders die Frauen, die probiert haben, in so Männerdomänen reinzugehen, die ein bisschen Research gemacht haben, die sich wissenschaftlich engagiert haben, die auch geschaut haben. Und zu sagen, so die Alte hat sie nicht mehr alle, es ist ihre Bärmutter, die dreht durch und das hält sich bis heute. Das hat man ja ganz oft, das bist du jetzt so hysterisch und gereizt, hast du deine Periode oder bist du jetzt irgendwie im Wechsel? Also all diese komischen Sachen zu einem völlig natürlichen Vorgang, einer hormonellen Änderung, den wir Frauen übrigens ganz oft im Leben haben. Am Anfang die Pubertät, da kommen wir rein. Auch eine Hormonumstellung, muss man ja auch sagen, da spielen ja Hormone eben auch. Genau, da fangen die an. Also es gibt die Menach, das ist sozusagen die erste Blutung. Und dann dauert das teilweise auch bis zu zehn Jahren, bis bei Mädchen die Periode regelmäßig ist. Es ist ja manchmal dann so, man kriegt mit 13 die Periode und dann so mit 18, 19 kommt das regelmäßig. Also ich kann mich noch erinnern an diese Schnappatmung, wenn die Periode ausblieb. Und dann für Frauen, die schwanger sind, haben in der Schwangerschaft krasse Hormonänderungen. Ja, und die Wechseljahre leiten das Ganze dann wieder aus. Also unser weiblicher Körper hat diese krasse Fähigkeit, so irre Hormonänderungen mehrmals im Leben zu machen. Und das ist leider nicht genug geschätzt. Du hast einen Fokus auf Frauen und schreibst und bist unternehmerisch tätig für Frauen. Warum liegt dir das so am Herzen? Also das ist ja jetzt auch ein Frauenprojekt, kann man sagen. Woman in Balance. Dazu gekommen, ehrlich gesagt, bin ich so ein bisschen aus Egoismus, weil ich für mich gesagt habe, ich möchte eigentlich gesund lang alt werden. Meine Großmutter hatte Alzheimer. Das ist so ein Thema, wo man denkt, also das haben wir in der Familie, das hat alle betroffen, das war keine schöne Zeit. Und ich dachte, ich möchte wahnsinnig gerne, wenn ich 80, 90 bin, ich kitesurfe, ich mache viel Wassersport, ich möchte einfach das alles noch machen. Und als ich mich damit beschäftigt habe, in diesem Kontext, liefen mir diese Wechseljahre über den Weg. Und dann bin ich da reingegangen. Also es war noch nicht mal unbedingt... Es lief sich aber Horizont über den Weg oder irgendwo mal, sondern die haben dich selber auch betroffen. Sie haben mich selber betroffen und sie waren vor allen Dingen für mich so ein Punkt, dieses, wie werde ich gesund alt? Das war der Punkt, wo in diesem Kontext ich viel gelesen habe und mir dann die Wechseljahre über den Weg liefen, weil diese Wechseljahre einen wahnsinnigen Einschnitt in unserer Gesundheit haben, weil wir einfach ein bisschen anfälliger werden. Also die Hormone schützen uns nicht mehr so sehr. Und könnte man auch sagen, dass der Beginn der Wechseljahre, der sogenannten Perimenopause, das sind ja die Anfänge, die Menopause, die Postmenopause, hast du gerade schon genannt, dass wir diese Lebensphase eben auch gar nicht beiseite schieben sollten. Genau, nämlich weil es damit zusammenhängt, wie wir dann auch Jahre, Jahrzehnte später auch altern. Perfekt. Also genau hingucken, weil es hat auch etwas mit den Jahren danach zu tun. Das ist ein ganz, also man sagt ein bisschen, das ist so ein Window of Opportunity, so ein Zeitfenster, in dem ich idealerweise meinen Lebensstil wirklich jetzt auf gesund umstelle, weil unser Körper, also es sind nicht nur die Hormone, sondern wir werden alt. Das heißt, die Zellteilung funktioniert nicht mehr so gut. Unser Körper ist dann einfach mal schon ein bisschen so abgenutzt und die Hormone, die haben eine Schutzwirkung, besonders dass es so geht. Klingt hart, Beginn der Menopause ist Beginn des Alterungsprozesses. Nee, eigentlich der Alterungsprozess. Guck es an, der hat ja vorher schon eingefallen. Mit der Geburt fängt er an und dann geht es abwärts, wenn man das so will. Nein, aber ich glaube, man muss das wissen, das ist auch nichts Schlimmes und ich möchte gerne Frauen diese Angst auch davor nehmen, weil vielleicht ist auch so ein bisschen in diesem Tabuthema diese Angst vor der Zeit der Wechseljahre, was dann passiert und die Falten und alles, was da kommt. Und viele Dinge sind auch nicht cool. Also man hat irgendwie die Gelenke, die schmerzen ein bisschen mehr. Es gibt ja auch Frauen, die krass unter vaginaler Trockenheit leiden. Also es gibt eine ganze Menge Begleiterscheinungen, die sind jetzt echt nicht toll. Aber zu wissen, dass das kommt und zu wissen, dass man jetzt vor allen Dingen den Körper unterstützen muss, weil diese Hormonänderungen, die passieren halt überall im Kopf, also im ganzen Körper. Entschuldigung, nicht nur im Kopf, sondern wirklich von Kopf bis Fuß, weil wir haben so 400 Östrogenrezeptoren, die sind überall verteilt. Und wir müssen diesen Körper einfach jetzt besser unterstützen. Okay, lass uns gleich mal darüber reden, wie wir den Körper da, so wie du es ja andeutest, offensichtlich auch supporten können. Aber wenn ich Woman in Balance richtig gelesen habe, bleibt hinterher auch mein Eindruck, ja, Frauen fangen jetzt an, A, darüber zu sprechen. Sie fangen aber auch an, die Gesundheit selber in die Hand zu nehmen. Also das ist ja etwas, was ihr mit euren Coachings auch nochmal macht, worüber du auch geschrieben hast, aber eben auch tatsächlich zu sagen, ich bin meine eigene Gesundheitsmanagerin. Ich fange an, Verantwortung zu übernehmen. Wie kann die denn aussehen? Es gibt ja große Unterschiede, wie Frauen damit umgehen. Einige nehmen Hormone, gleichen ist wieder aus, den Verlust der Hormone. Andere versuchen es über Ernährung. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Lager. Genau, ich glaube das Wichtigste ist einfach dieses zu wissen, da passiert was im Körper und ich muss den unterstützen und vor allen Dingen diese ganze Klaviatur an Puzzleteilen zu kennen, mit der ich den Körper unterstützen kann. Und das ist einerseits diese ganzen Lebensstilfaktoren, das ist die Ernährung, das ist der Sport, das ist auch die mentale Balance. Stress ist ein Riesenproblem, sowohl für hormonelle Disbalancen, als auch generell für ganz viele inflammatorische Krankheiten. Und es ist total wichtig zu wissen, wie kann ich mit Vitalstoffen, also mit Vitaminen, mit Mineralien unterstützen, um das auszugleichen. Was ist mit Hormonen? Kommen die für mich in Frage? Was muss ich beachten? Und auch wenn ich Hormone nehme, was ja völlig fein ist, das ist sozusagen ein Mittelchen in dieser ganzen Klaviatur, die mir zur Verfügung steht, zu sagen, die Hormone fixen noch nicht alles. Also auch wenn ich Hormone nehme, muss ich auf meine Ernährung achten, muss ich Kraftsport machen, weil die Muskelmasse einfach irgendwann weggeht. Also das Anliegen für das Buch, war es wirklich so ein Wechseljahresratgeber zu schreiben, wo man entweder von vorne bis hinten sich das einfach durchliest oder wo man einfach immer mal wieder reinguckt. Und idealerweise hat das dann das Buch ganz viele Eselsecken und ist umgeknickt und hat Textmarkersachen, dass man wirklich damit arbeitet. Weil dir das Rezept gefällt oder weil dir der andere Typ nochmal gefällt, die Sportübung. Oder du vielleicht sagst so, Mensch, jetzt habe ich irgendwie doch Verdauungs- oder Darmprobleme, dann springe ich einfach mal in das Kapitel rein und gucke jetzt nochmal, was sind die Tipps für eine gesunde Verdauung. Oder wenn dann vielleicht doch das Thema Bluthochdruck kommt bei einigen Frauen dann vielleicht doch irgendwann mal zu sagen, warte mal, da war das in dem Buch drin, was mache ich denn da jetzt? Was sind denn wirklich Möglichkeiten? Oder wir haben ganz tolle Tiefenentspannungsübungen da drin. Also es sind ganz viele wirklich praktische Tipps drin, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht nur so ein Grundlagenbuch mit diesen ganzen Sachen schreiben, sondern wir wollen wirklich kurz die medizinischen Hintergründe anreißen, aber dann wirklich in die Tipps gehen und ganz konkret werden und sagen so, hier, damit fängst du an. Weil was wir oft sehen, ist, dass Frauen einfach so dastehen und sich denken so, wow, ja, also was mache ich denn jetzt? Aber es fängt ja eigentlich damit an, dass der Körper beginnt, die Signale zu senden und wenn diese ersten Signale dann da sind, dann reagieren Frauen, die für sonst vielleicht eingebunden sind, in Familie, in Job, in Partnerschaft, in all das Ehrenamt, was das Leben dann eben auch ausmacht. Was würdest du denn sagen, waren deine ersten Signale? Energielosigkeit, Stimmungsschwankungen, ich hatte krasseres PMS, also das war so und eine Gereizbarkeit und das habe ich immer noch nicht so richtig im Griff, also ich probiere es ganz gut hinzukriegen, aber es gibt die Momente, wo man einfach ausrastet, wo ich auch im Team mal die Türkei klasse. Ja, ich fand es auch nicht gut, dass du mich vor der Sendung so angeschrien hast, aber okay. Also irgendwo ich im Team einmal ausgerastet bin, wo ich dann dachte so, wow, was war das denn? Also so wirklich sehr subtile Sachen und das ist das, was man bei sehr, sehr vielen Frauen merkt. Teilweise, also das habe ich jetzt zum Glück nicht, aber dieses ein bisschen ängstlicher, weinerlicher, depressive Schlaflosigkeit ist ganz oft ein Thema, weil halt natürlich auch diese Phase, besonders in der Perimenopause, kommt halt krass viel zusammen. Da ist, die Eltern werden vielleicht krank, die Kinder kommen in die Pubertät oder sind schon raus, manche haben noch kleine Kinder. Gehen aus dem Haus. Gehen aus dem Haus, auch irgendwie wirklich krasse Umständungen, die im Leben passieren. Also da passiert irre viel. Vielleicht ist der Job auch irgendwie nervt, man will was Neues machen, man fragt sich, was mache ich jetzt mit der zweiten Hälfte des Lebens? Vielleicht tritt man sich vom Partner, weil der eine auf dem Sack geht. Also es gibt so ganz viele wirklich grundlegende Sachen und dann kommt das Körperliche hinzu und das ist manchmal für Frauen ganz schwer, das auseinander zu frickeln und zu sagen, ist es jetzt einfach, weil ich nicht mehr kann oder kommt jetzt noch was hinzu? Und dann passiert leider häufig, dass sie zum Arzt gehen. Die Ärzte haben in ihrer Ausbildung, kommt das einfach nicht vor. Das ist wirklich ziemlich krass. Also die Ärztinnen, die ich kenne, die wirklich gut sind, die haben sich das alles selber angeeignet, weil es im Medizinstudium nicht stattfindet. Und dann geht man zum Arzt und dann sagt er so, ja, also sie sind noch zu jung oder da musst du jetzt durch oder ist halt so oder nimm halt Hormone oder nimm keine Hormone. Also da kommen ja die komischsten Sachen und deswegen finde ich das so wichtig, dass jede Frau zur eigenen Gesundheitsmanagerin wird und das alles wahr ist. Also wenn wir sagen, wir nehmen unsere Gesundheit selber in die Hand, du hast jetzt nochmal den Begriff der Gesundheitsmanagerin genannt und wir stellen fest, es hat nicht nur physische, sondern offensichtlich ja auch psychische Auswirkungen, dann betrifft es ja alle Lebensbereiche. Also egal, wie du anderen Menschen begegnest, im sozialen Kontext, nachts auf einmal liegst du wach oder hast eine Hitzerellung. Das heißt, es sind so viele Lebensbereiche, es bleibt dann ja eigentlich gar keiner von der Sexualität bis zur Stimmung, der dann ausgespart bleibt. Absolut. Das krempelt nochmal alles um. Das krempelt alles um und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass nicht nur die Frauen das wissen, sondern es ist auch die Partner wissen, dass es die Brüder wissen, weil das ist ja dieses gesamte Support-System. Wir haben 2021 so eine Studie mit initiiert, die ist die Menospot-Studie, wo wir wirklich geschaut haben, was passiert mit Frauen im Arbeitsleben und es ist unglaublich, wie viele Frauen sagen, ich schlage Beförderung aus, ich gehe in Vorruhestand, ich gehe in die Rente, ich traue mir das nicht mehr zu, es ist irgendwie alles zu viel und das können wir uns in unserer Gesellschaft nicht leisten und wir können es uns einfach... Das ist ja ein Verlust an Kreativität, an Talent, an Wissen. Ja, auch diese Weisheit, also alles, was die Frauen haben, was sie mitbringen und dieses Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, macht ja Symptome auch nicht besser. Also wenn ich im Leben stehe und die Möglichkeit habe, vielleicht auch mal am Arbeitsplatz vielleicht ein Homeoffice zu machen oder da einfach anders eingebunden zu werden, sodass meine Symptome in den Griff bekommen, dann geht es mir persönlich auch viel besser. Aber sie kündigen dann oder gehen frühzeitig in den Ruhestand, weil die Symptome so stark werden oder weil sie sich Dinge nicht mehr zutrauen? Also es ist ja alles, es ist ja auch vielleicht eine neue Klarheit da, man räumt vielleicht auch mal auf in seinem Leben. Kommt aber bei ganz vielen Frauen erst in der Postminutpause, wenn sie sozusagen durch sind. Bei vielen Frauen, also die Hauptsymptome, die wir in dieser Studie gesehen haben, war Energielosigkeit, Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, Depression, Schlaflosigkeit. Und wenn ich nachts nicht schlafe, ja, dann bin ich am nächsten Tag auch nicht konzentriert, habe keine Energie und bin einfach Mist drauf und dann kommt Brain Fog und so eine Sache auch mit dazu. Also nichts, womit ich gut arbeiten kann. Und spannend, was du eben auch nochmal sagst, bindet die Partner mit ein. Das habe ich mir nämlich auch nochmal notiert, dich dann ganz klar zu fragen, was heißt das eigentlich? Was müssen wir eigentlich den Männern sagen, den Partnern oder wie du sagst, den Brüdern, die mit eingebunden sind in unseren Alltag? Ich finde das, was, also in meinem privaten Umwelt, was am besten funktioniert, ist wirklich sachlich zu sagen, guck mal, das und das und das passiert und so fühle ich mich gerade und hormonell ist das, bin ich gerade in der und der Phase und diese Änderungen gibt es und das ist dann halt für Männer nicht mehr so, ach, das bildet die sich ein. Weil ich kann mich noch erinnern, als meine Mutter dieses Herzphasen hatte, war das oft so, dass wir die gesamte Familie dachten, was hat sie denn nun wieder? Weil es war so ein unspezifisches Symptom und sie war dann auch in der Notaufnahme, dann wurde das gecheckt, dann hat sie einen Langzeit-EKG gehabt, es war aber alles okay, so dass man denkt, das bildet die sich doch ein und kein Arzt hat ihr gesagt, das kann vielleicht von den Hormonen kommen und das ist ja zum Beispiel auch bei Gelenkbeschwerden, Frauen irgendwie sagen so, ach, mir tut das alles weh, ich habe Arthrose, sie rennt von einem. Aber es klingt ja auch so, als würde man ihnen nicht glauben, als würde man die Symptome tatsächlich nicht ernst nehmen. Weil dieses Wissen wieder fehlt, weil die Ärzte teilweise, also auch ein Orthopäd, hat das nicht immer auf der Uhr und die Ärzte arbeiten auch nicht interdisziplinär. Das heißt, idealerweise geht so eine Frau zu einem Orthopäden, der sagt zwischen 40 und 50, naja, könnte vielleicht irgendwie auch Menopause sein, gucken wir uns mal an, wie sehen die Hormone aus. Vielleicht probiert man das dann mit bioidentischen Hormonen oder man probiert es einfach mit einer Ernährungsumstellung oder mit, was weiß ich, Omega-3-Öl-Ergänzung und guckt einfach, ob das schon besser wird und ob es vielleicht das ist, weil viele von diesen Symptomen kommen nur temporär und sind dann wieder weg. Und es gibt auch ein paar, wie zum Beispiel vaginale Trockenheit. Die bleibt dann oder geht die auch wieder weg? Die bleibt bei den meisten Frauen, aber die lässt sich halt super gut behandeln. Es gibt vaginales Östrogen, das macht auch keinen Krebs, das ist irgendwie wirklich total safe und gut erforscht. Das kann man sich unten in seine Vagina cremen und dann ist es gut. Und das ist also, es gibt halt viele wirklich sehr einfache Möglichkeiten, den Frauen auch zu helfen und es muss keine Frau dadurch. Jetzt hast du fünf Säulen genannt in deinem Buch Woman in Balance, wie man da eben gut durchkommt. Diese fünf Säulen einer Wechseljahresbilanz, oder es ist ja nicht nur ein Jahr, sondern der Wechseljahrebilanz. Wollen wir diese fünf Säulen mal benennen? Also klar, Ernährung hast du eben schon angesprochen, Sport spielt eine ganz wichtige Rolle. Das gesamte mentale, Stressmanagement und da wirklich dieses, also das sagt sich immer so leicht, aber ich merke zum Beispiel, Stress ist ja nicht nur, ich bin jetzt gerade mal gehetzt und muss vieles irgendwie stemmen, sondern Stress ist auch Zukunftsängste, Stress ist finanzielle Unsicherheit und da zu sagen, wie komme ich dann durch. Und davon sind ja eher auch Frauen betroffen. Das ist meine Altersarmut, weil Frauen ist ein größeres Thema. Das ist ein Riesenthema. Dann Nahrungsergänzungen sind ein Riesenthema. Also wie kann ich Vitalstoffe zusätzlich ergänzen und das ist noch nicht mal unbedingt nur auf die Wechseljahresbeschwerden gemünzt, sondern wir wollen ja auch gesund alt werden und wir haben einfach im Alter gewisse Dinge, Prozesse, die Aufnahme über den Darm funktioniert nicht mehr so gut. Wir haben mehr Stress, wir haben einfach Alterungsprozesse, die wir gut unterstützen können. Also so ein typisches Thema ist, die B-Vitamine, B12, B6, Vitamin D wird teilweise im Alter nicht mehr so gut absorbiert. Das heißt, man sollte regelmäßig zum Check-up gehen und da einfach sich mal untersuchen lassen. Und solche Tipps stehen eben auch alle drin. Das hast du ja alles noch mal ganz klar genannt. Also was zu tun ist bei Energielosigkeit zum Beispiel. Ernährung hast du schon genannt. Was sind Energiebooster? Da habt ihr auch Blutzucker mal einfach mal checken lassen. Riesenthema. Also all diese Dinge werden, wo man denkt, ja genau, kann ich ja mal machen, ist kein großer Aufwand und dann würde sich mein Alltag vielleicht erleichtern. Schlaflosigkeit, also dieses Melatonin bekommt eine Schlüsselrolle, haben viele schon mal gehört, aber du benennst es noch mal ganz deutlich. Schlafroutinen, warum ist es wichtig, die REM-Phase tatsächlich mitzunehmen und nicht zu übergehen. Die Bettwäsche, die richtige Temperatur, also ihr geht da schon sehr ins Detail auch. Genau, also wichtig ist wirklich, dass da so ganz konkrete Schritte drinstehen, weil alles auf einmal ist ja immer, man ist immer, wow, jetzt muss ich fortmachen, jetzt erzählt die auch noch was von gesunder Ernährung und am besten noch diese Kreuzblütlergemüse und was war das jetzt noch mal, was gehört dazu. Wir haben wirklich so kleine Boxen in dem Buch, die wirklich so ganz praxisnah sind und idealerweise pickt man sich das eine oder die zwei Dinge raus und sagt, damit fange ich jetzt mal an und dann gucke ich einfach, was das macht. Und zum Beispiel dieses Thema Blutzuckerspiegel, das ist viel an die Ernährung gebunden und dann einfach mal zu experimentieren, wenn ich das frühstücke, wie geht es mir dann den ganzen Tag oder wie geht es mir, wenn ich ein Croissant frühstücke versus ich mache mir einen Joghurt mit Beeren und ein paar gesunden Saaten. Also diese kleinen Sachen im Alltag ausprobieren. Das ist eine Anregung und eine Reise. Es gibt einen Startpunkt und dann kann eigentlich jede Frau selber entscheiden, wie weit geht meine Reise, wie weit gehe ich mit. Ihr habt einen sehr großen Fahrplan geliefert mit Women in Balance. Aber ich finde, du sprichst auch Themen an, über die man eben sonst nicht spricht. Also ob das jetzt der Darm ist oder eben die Reizbarkeit ist, auch die depressiven Phasen. Da rollen ja viele mit den Augen, sagen, boah, das nervt alles. Ja, jetzt kommt noch das dazu, jetzt hast du das vielleicht noch. Aber das eben zu benennen, das macht ihr ja auch ganz deutlich. Du redest ja nicht drumherum. Nee, wir gehen wirklich rein. Also besonders im Darmkapitel, meine Lieblingsabbildung, ist wirklich die richtige Toilettenhaltung. Also da lacht man immer. Aber das ist halt, es ist total interessant, wenn man sich mal so native Völker anguckt oder auch wenn ich mal eine dreijährige Nichte angucke, die sitzt halt irgendwie relativ krumm auf der Toilette. Und das führt dazu, dass der Darm einfach offen ist. Und so wie wir normalerweise so aufrecht sitzen, knicken wir den ab und dann geht es nicht so gut. Also wir gehen halt wirklich ins Detail. Und der Darm ist ehrlich gesagt so ein bisschen auch mein Lieblingskapitel. Es geht da um Verdauung, weil viele Frauen... Das dürfen die Hitzewallungen jetzt aber nicht hören. Ja, ich weiß. Aber der Darm ist einfach so die Grundlage für unsere Gesundheit. Und wenn der Darm gut funktioniert, kommen die anderen Organe auch besser klar. Okay, also jetzt wissen wir, was dein Lieblingskapitel ist und worauf du ein Auge hast. Aber das, was jeder doch damit verbindet, ist die Frau, die das Fenster aufreißt und sagt, boah, ist hier heiß, es sind die Hitzewallungen, oder? Das ist auch so der Klassiker. Das ist doch das Bild, was jeder hat. Oder vielleicht die Schlaf... Leider, muss ich sagen, weil dadurch ist das so ein bisschen... Also es gibt ja auch irgendwie wahnsinnig viele Comics, ja. Also, ha, ha, ha. Ich lebe jetzt sauerhaft in den Tropen oder irgendetwas. Und die Hitzewallungen haben ungefähr... Also man sagt, ein Drittel der Frauen hat gar keine Symptome. Ein Drittel hat so leichte Symptome. Ein Drittel hat richtig dolle. Und das betrifft vor allen Dingen auch die Hitzewallungen. Jetzt hat nicht jede Frau Hitzewallungen. Es gibt auch Frauen, die haben ein oder zwei Hitzewallungen und sonst nichts. Es gibt andere, die haben es wirklich nicht so gut erwischt. Die haben 20, 30. Das hat so ein bisschen... Am Tag oder im Jahr, im Monat. Frauen nehmen 20 bis 30 am Tag. Oh mein Gott, die haben... Und es ist richtig heftig. Und da gibt es aber auch... Bioidentische Hormone sind da wirklich auch erwiesen. Und da weiß man, das funktioniert richtig gut. Aber die Hitzewallungen sind halt bei Weitem nicht das einzige Symptom. Und deswegen, ich glaube, den Kopf aufzumachen und zu sagen, alle Symptome, die dazu gehören könnten, also auch trockene Augen, weil unsere Schleimhäute werden trockener, weil das Oestrogen weggeht. Genau, nicht nur im vaginalen Bereich, sondern eben auch im Augenbereich, oder im Mondbereich. Genau. Aber ihr gebt eben, und das finde ich ganz schön, eigentlich auch so ganz konkrete Tipps, ob das jetzt schwitzschlau ist, das schöne Wort, wie man sich kleiden kann. Du kannst als Leserin wirklich reinspringen und sagen, das ist jetzt mein Thema. Und dort finde ich dann auch ein Fenster oder Gerichte oder sonst irgendetwas. Genau, man kann im Prinzip einfach sagen, ich springe in eins von den Symptomen rein, also zum Beispiel in die Hitzewallung, weil das gerade mein Thema ist. Dann lese ich mir das von A nach B durch und dann kann ich idealerweise dann wirklich Eselsohren reinmachen oder ein Post-it, um zu sagen, Mensch, guck mal diesen Tipp, den schreibe ich mir jetzt mal raus. Und vielleicht kommen mir dann irgendwie einen Monat später Gelenkbeschwerden oder irgendwas anderes dazu oder es geht wieder irgendwas weg. Und viele der Tipps sind auch zum Glück übergreifend. Das heißt, die gesunde Ernährung, also die Kreuzblütle, das Trinken, der Kraftsport hat Auswirkungen auf alle möglichen Symptome. Es ist jetzt auch nicht so, dass man hundert Dinge machen muss, sondern es gibt wirklich, wenn man es runterbricht, ist es auch wieder einfach. Und trotz aller Krücken, Hilfen, Anregungen, Ideen schreit ja keine Frau, Hurra, Hitzewallung, Yeah, Menopause. Jeder will es ja doch ein bisschen verdrängen und hofft dann, es kommt vielleicht erst in zwei Jahren, in drei Jahren, in fünf Jahren. Aber wie du sagst, keine kommt daran vorbei. Und trotzdem ist es ja ein positiver Titel. War dir das nochmal wichtig? Weil viele sind ja, der Symptome, die du ja beschreibst, da bist du ja nicht im Balance, sondern du wirst ja genau da voll rauskatapultiert. Ich finde es total wichtig. Wir probieren das auch generell bei uns, einfach dieses Positive mitzugeben, weil wir verbringen fast über die Hälfte unseres Lebens in Peri- und Postminopause. Und das ist, sich dann hinzusetzen und zu sagen, nein, das ist jetzt der Anfang vom Ende, das ist irgendwie ein ziemlich blödes Mindset. Und ich finde, man kann viel machen, man kann auch viele Symptome wirklich gut in den Griff kriegen. Es gibt keine Frau, die leiden muss. Man muss keine Angst für diese Phase haben. Willst du diese drei Phasen nochmal ganz kurz benennen? Also die Perimenopause, das ist sozusagen um die Menopause, um die letzte Blutung drumherum. Das geht so zehn bis zwölf Jahre. Dann ist die Menopause, das ist aber eigentlich nur ein Moment. Das ist die letzte Eizelle, macht sich auf den Weg durch unseren Eileiter und löst die letzte Periode aus. Wann das war, weiß man immer erst nur retrospektiv, zwölf Jahre. Und die ganze Zeit, die danach kommt, das ist die Postmenopause. Also sozusagen bis an den Rest des Lebens. Und das heißt jetzt nicht, dass man bis ans Rest des Lebens Witzeweilung hat, aber das heißt schon, dass der Körper jetzt einfach nicht mehr diese Schutzwirkung hat und wir einfach ein bisschen auf unsere Gesundheit achten müssen, wenn wir gesund alt werden wollen. Wenn wir jetzt sagen, so ist mir alles egal, dann muss man es auch nicht unbedingt machen. Wenn du jetzt in einer Konferenz sitzt und es sind zehn Frauen im Raum, haben die ja trotzdem nicht alle die gleichen Symptome. Es ist so krass, wie unterschiedlich wir sind. Ich glaube, es ist einerseits die Frage, wie gehe ich als Frau damit um? Also irgendwie kommt die Hitzewalung, ich atme sie weg oder haut die mich komplett aus der Wahn? Also das ist auch schon, da ist jeder auch von der Persönlichkeit ein bisschen anders. Und wir haben natürlich auch völlig andere Symptome, nur weil die eine Frau, keine Ahnung, also ich hatte so ein komisches Augeneczem, was durch trockene Augen kam, haben andere Frauen nicht, das hatte nur ich. Also es gibt halt so ganz unterschiedliche Sachen und das verändert sich halt auch in diesem Zeitraum. Das kann sein, dass man irgendwie eine Zeit lang Stimmungsschwankungen hat, dann sind die wieder weg, dann kommen wieder andere Symptome. Es gibt so ein paar Sachen, die ziehen sich durch, dass viele Frauen einfach mehr Gewicht anlagern oder dazu neigen, weil sich unser gesamter Körper durch die Hormone so ein bisschen umstellt, wo er gerne Fett anlagert. Das ist noch nicht mal, dass der Stoffwechsel langsamer wird. Und da kann man aber auch gegensteuern. Also man kann... Also offensichtlich, du hast ja für alles eine Lösung. Ich habe für alles eine Lösung. Das ist wirklich gut. Gibt es denn Mythen über die Wechseljahre, die dich so aufregen, dass sie sich eben immer noch halten? Ja, ganz viele. Womit kann man dich richtig aufregen? Also A, dieses... Also ich glaube, das Schlimmste, was du mir sagen kannst, ist dieses einerseits, das passiert erst mit 52, weil das führt dazu, dass viele Frauen einfach auch das negieren, die Ärzte das negieren. Also es geht schon in unseren 40ern los, diese Hormonumstellung. Also soll ich das auch bei meinem Arzt, bei meiner Ärztin auch nochmal einfordern, das Thema und sagen, wenn sie sich damit nicht auskennen, können sie mir jemanden empfehlen? Ja, ja. Wäre ich da bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen die Gynäkologin ist sicher eine gute Ansprechpartnerin, wenn sie Verständnis hat, wenn sie gut ist. Es gibt aber auch ganz tolle Internisten, Hausärzte, die sich damit auskennen. Also wir haben viele Frauen, die wirklich ihren Gynäkologen wechseln, weil auch ein Gynäkologe oder Gynäkologin, die gut war für Schwangerschaft, muss nicht mehr gut sein in dieser Phase. Also ich will mir da wirklich jemanden suchen, der sich auskennt idealerweise. Und das zweite Ding, was mich so richtig wahnsinnig macht, ist, wenn Frauen sagen so, jetzt ist alles vorbei, jetzt kommen irgendwie so jetzt eine Periode weg und irgendwie, weil das ist, wir haben so viele Chancen, wir haben ein gesundes Leben und wir müssen so dankbar sein, dass wir auf dieser, also dass wir dieses Geld haben. Also der Abschied beinhaltet keinen Abschied, sondern für dich lauert da eher ein Neuanfang. Was ist denn der Neuanfang für dich? Der Neuanfang ist für mich, dass einerseits ein Aufhören von einer Periode und von monatlichen Schwankungen hat durchaus Vorteile. Man muss keine Tampons oder Binden oder irgendwie Periodenunterwäsche mit sich rumschleppen. Die Hormonumstellungen haben auch den Vorteil, dass man nicht mehr diese Schwankungen hat. Also das ist alles so ein bisschen ausgeglichener und man sieht bei ganz viel, also ich bin noch mitten in der Perimenopause, ich bin noch nicht bei dieser ausgeglichenen Weisheit angelangen, aber ich sehe das bei vielen Frauen, dass sie einfach extrem gelassener sind und einfach diese fehlende Energie vielleicht, die man nicht mehr hat oder der Körper nicht mehr so hat, mit unglaublicher Weisheit, Gelassenheit und ja komm, habe ich schon gesehen, warte ich mal ein bisschen, die das damit ausgleichen. Nicht gleich an die Decke gehen, ja, okay. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil und vor allen Dingen auch, und deswegen fände ich das schon schön, wenn diese Frauen auch im Arbeitsleben sind, weil besonders im Arbeitsleben braucht es diesen Ausgleich. Also Peggy Reichelt, du hast unterschiedliche Facetten genannt, ganz viele sind noch drin. Ich habe die Rezepte eben nur am Rande erwähnt, zwei, drei habe ich schon nachgekocht. Die sind nicht nur, haben ja eine positive Wirkung auf den Körper, sondern die sind auch noch lecker. Tolle Fotos sind da drin. Die zehn häufigsten Symptome der Wechseljahre und was Frau dagegen tun kann, steht auch nochmal richtig schön fett drauf. Woman in Balance, man kann reinspringen in die unterschiedlichen Kapitel und man trägt vielleicht, wenn man das Buch zu Hause hat, auch dazu bei, mit Freundinnen, mit Familienangehörigen, Nachbarinnen zu diesem Thema in Kontakt zu kommen. und dass man sich das nicht als Affront nimmt, sondern sagt, ja, wir sind da vielleicht in einer ähnlichen Situation, lass uns doch mal drüber reden. Und dazu regt es an. Ich danke dir ganz herzlich für den Besuch bei Bukte Lutz. Vielen Dank. Für die Offenheit und hoffe, dass das Buch ganz viele Leserinnen dann tatsächlich auch findet. Und vor allem hoffe ich, dass es den Frauen hilft und auch was du sagst, dieses Zuwissen, dass man nicht alleine ist und dieser Austausch ist unglaublich hilfreich. Kurze Antwort noch zum Schluss. Wenn du gerade jetzt auf deinen Leben blickst, Buch ist raus, du bist Kitesurferin, du bist in der Perimenopause, wie du gerade gesagt hast, bist eingebunden in ganz viele Projekte. Welchen Buchtitel hätte dein aktuelles Leben gerade? Ich freue mich auf alles, was noch vor mir liegt. Und ich hoffe, dass du dabei ganz viel Freude hast und eintauchst in das, was das Leben eben so ausmacht, in allen Facetten. Und dazu gehört eben auch die Menopause. Herzlichen Dank, liebe Peggy Reichelt. Grüße an dein Team. So was stemmt man ja auch nicht alleine. Und ich bedanke mich auch bei meinem Team heute für die Folge. Und wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann wisst ihr, schönes Like hinterlassen. Bis dann. Oder hört rein beim Podcast. Ciao bei Book Deluxe. Dankeschön. Dankeschön. .